Also ich für mich weiß, man gewinnt keinen Gesangswettbewerb, wenn man nicht singen kann. Zum anderen ist mir auch klar, dass dieses Gesamtpaket gewonnen hat. Es hätte nicht gereicht, eine bärtige Frau zu sein und ich glaube, es hätte auch nicht gereicht, nur gut singen zu können. Deswegen schließt für mich das eine das andere nicht aus.